Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin der Toto und weiter geht's mit Digis Adventure in der Region Ägypten. Ich hab's hier noch gar nicht. So, da ist alles weg. Da kann ich glaube ich alles zurücksetzen. So. Und jetzt zerrst du mir. Hebel ziehen. Okay, dann machen wir das zuallererst mal. So. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. Zack. Wunderbar, ein Schlüssel, danke. So. Ach, da schon wieder. Ja, danke. Oh, besser. So, und da waren noch ein paar Gäms drin. Sehr schön. So. Achso, nee, Moment. Erstmal ist er hier dran. Dann gehen wir da hoch. Ziehen den Hebel. Maschieren wieder hier runter. So, bis dahin. So, 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 so. Da oben hin. Jetzt können wir den da nehmen. So. So, dann marschieren wir da hin. Gehen da runter. Gehen nach da hinten. Gehen bis dahin. Gehen bis dahin. Und dann gehen wir da hoch. Und holen uns die Kitze. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Lasst mir ein Like und ein Abo da. Folgt mir auf meinen Kanälen auf YouTube, auf Twitch und auf Kick. Bis zur nächsten Folge und Tschüss sagt der Toto.